alles klar gut dann los geht es jetzt aber hier kommen ohne quatsch zu machen das große muss sein bitte ich will spieler spaß haben es mir wichtig so wenn es geht als perfekt abenteuer modus er macht auch weiter da machen heute weiter erleben hat ein bisschen genaut aber jetzt würde ich mich freuen wenn ich mal wieder spielen kann mir gerade aus irgendein zwei gründen ist irgendwie der kontroller auf dem boden gefallen weil ein anderer gegenstand ist vom dick fallen und dann ist der kontroller auf dem boden gefallen weil er irgendwie weil der gegenstand irgendwie was gemacht hat aber egal 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 haben trotzdem gute laune wir haben trotzdem gute laune so jetzt diesen kacki noch mal einstellen dann haben wir es auch gut gemacht ja so ernsthaft na jetzt wirklich es war ein bisschen doch war ja ich mach schon irgendwie ich mach schon irgendwie so jetzt frau drauf die auf action und nicht auf lange war der film ist einfach gute laune haben ist mir wichtig so ja ich war eigentlich schon gerade ich habe eigentlich ganz schön wie du gut startet und das hat dann nicht so funktioniert deswegen machen einfach jetzt das wiederaufnahmen hier von super machen bereits war heute am montag hat wirklich sehr lange dauert dass ich wenn ich hier das mache und wird euch richtig stehen ich glaube ich nach ich weiß nicht als offenen will heute ich weiß worin hier alles aufnehmen möchte und auch kann wie ich mir so behandelt aber gut ich freue mich zumindest auf 24 weil ich habe wirklich lange nicht hochgeladen und nicht lange hoch ich habe auch wirklich lange nicht hochgeladen ist schon traurig aber jetzt verloren soll ich ein bisschen hier durch die qualen ja ich weiß doch aber jetzt ohne witz aber ist irgendwie doch ein bisschen panisch aber gut also ich bin wirklich ein bisschen panisch und ist irgendwie auch panisch dass ich hier nichts gewagt ja ich meine halt wegen dieser wegen diesem level ich krieg uns gebacken und mir ist wirklich panisch dass ich hier komme ich würde einfach kapieren was ich machen muss ich muss ich mal gucken was ich machen muss hier die bauleiterin besteht darauf dass sie spezielle schlag verwenden die es nur in den höhlen gibt aber wie kriegt den steinqualität gar nicht ich verstehe überhaupt nicht deswegen ich habe es da schon mal zwei drei parts versucht das hier zu machen aber jetzt habe ich endlich mal ich war durch zumindest okay ich war einfach jetzt versuche es nochmal und dann gebe ich auch okay ich habe manchmal die chance voll und dann machen wir eine andere besser weil ich will ja auch ein bisschen gute laune haben heute und nicht so und nicht so kacke langweilig kann man sagen ich freue mich so gut sein alles klar ja ich hoffe euch geht auch gut mir ist auch ich glaube ich gut hab jetzt um diese ganze kram anzurichten aber ist also okay alles klar kein problem ja ich weiß es so schade das kann ich gar nicht verstehen das level verstehe überhaupt nicht also ich glaube ich habe noch mal und dann bin ich auf und ich muss noch was zu trinken irgendwie irgendwie weil ich zu durch gerade aber gut ich glaube ich habe ja so viele aber ich kann mich nicht nehmen sollen deswegen ich hätte zu wenig ich hatte viel aber ich kann auch einfach und ich glaube ich einfach jetzt mal als kalt vielleicht besser naja ich kann ja zumindest erst mal wasser trinken ich habe hier nämlich noch leitungswasser noch das ist voll cool einfach es ist voll kühl und schon spannend einfach ich liebe jetzt einfach so sehr ihr wisst nicht gerade wie gute launen ich einfach gerade habe ich will euch ein bisschen versocken und ein bisschen zu quatschen naja ich komme ich trinke mal dass das leckere wasser hier schön kalt ist ist zwar nur leitungswasser aber ist ja auch lecker schön kühl gemacht wollte darauf spontan zwar ein ein thema mit wasser aber gut dann gut ja also ich frage mich gerade wie man sie macht das wie man halt an diesen ich weiß nicht an diesen links bekommen hier aber auch nicht mehr so ordentlich okay gut ich weiß nicht wie es geht kann man mit diesen kann man irgendwie denken dann wieder ankommen ich weiß nicht was geht klar egal ich gehe einfach auf ich habe ich habe aber ich mache es nicht drauf aber gut ich ich weiß dass es schwer auf jeweils aber ich bin jetzt aber auch weil ich das jetzt schon dreimal gemacht habe ich habe es nur gemacht freiwillig jetzt einfach genau kann man sagen hochsalada auf die aufgeben wie gesagt genau machen wir